was geht ab euch freunde der der terrafox hier gesendet von der herren und herzlich willkommen zu den neuen sonic fangames diesmal einer der ersten sage 2024 demos sage soll ja nächsten monat rauskommen und sage 2024 jedenfalls und das ist ein spiel von IPLUX oder IPLUX oder wie weiß nicht ausgesprochen wird und wenn man seht es hat keinen fullscreen support es ist auch nur ein act spielbar das ist einer der ersten save 2024 demos willy wind weather irgendwas und ähm ja ich habe versucht auch was soll das jetzt gerade eben ok wie nennt man das nochmal speedzock heißt es in der sonic robo das war aber hier ist es ok so kann das nicht immer moment wie machte das alt hast du ok ich bin jetzt verwirrt ich hatte doch gerade eben dieses forward dash irgendwas heißt das heißt na ja egal das ist auch drop dash mal gucken ok jetzt hat es wieder getan diesen dash nach vorne ja ich hab mal versucht das hier auf englisch schon boah das ist viel krach und den habe ich gesehen also also ich hab versucht das hier auf englisch zu machen und weil irgendwie scheint mein englisch nicht gut noch zu sein ich muss noch eine menge lernen ich wollte ich eigentlich auf englisch hochladen offiziell ist mir im 20 ist ja offiziell noch nicht vorhanden deswegen habe ich noch ein bisschen Zeit englisch zu lernen und ja ok also wir sehen hier jetzt die ganzen gegner und so die physik sieht mich schlecht aus hier ein bumper ja okay hier ist noch ein trampolin aber wieder ein trampolin ich habe mir aus der kugel rollt da verdammt egal okay da gibt es schwarze ringe jetzt auch die goldenen ringe und dann gibt es da schwarze ringe wie es aussieht ey das wäre jetzt aber gemein weil da war jetzt dieses dieser hier so so ein felsen war ich hier zu sehen und dachte ich dass man dagegen läuft hier diesen felsen hier man kann nicht drauf springen das ist einfach eine Dekoration im Hintergrund ok ja das ok jetzt haben wir ein schild erreicht sony go through zone 1 und das war es doch schon das war sony eclipse die serie 2024 demo einer der ersten serie 2024 demos ja was soll ich sagen okay das war ein sehr kurzes spiel oder hätte ich es auf englisch doch geschafft aber ja ich habe lampenfieber und so einen blöden stage fright wie es auf englisch heißt ok von euch vielen Dank fürs zusehen das war sony eclipse links zum fangame und zum video findet ihr in der video beschreibung wie immer auch ich vielen Dank fürs zusehen bleibt gesund wie immer beim hoch für euch fürs zugucken ne kommt ja bis zum nächsten mal tschüss heute tschüss